Kurzsichtigkeit wird bei Kindern am häufigsten ab dem Volksschulalter festgestellt. Dabei sieht das Kind in der Ferne immer schlechter. Diese Veränderung der Sehkraft vollzieht sich meist unbemerkt. Rechtzeitig erkannt und behandelt kann die Zunahme der Kurzsichtigkeit in den meisten Fällen abgebremst oder sogar gestoppt werden. Optiker und Kontaktlinsenanpasser können mit speziellen Kontaktlinsen dem Fortschreiten der Kurzsichtigkeit entgegenwirken. Diesen Servicetipp widmet Ihnen die WKO Landesinnung Oberösterreich der Gesundheitsberufe.